so leute um herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die hammer rockets von gao sind salut raketen mit 100 gramm neem verteilt auf fünf stück alter schwede als erstes habe ich die bei balloons gesehen und die hat er ja richtig gut geredet die klang auch richtig gut ich hoffe dass die sind immer noch so gut alter schwede also ja also ich weiß gar nicht was ich sagen soll gekauft bei feuerwerk land und ich würde sagen wir gehen jetzt sofort raus und zünden die ich denke mal ich mache ein paar am tag und auch ein zwei in der nacht ja ich glaube ich mache mal so zwei im hell oder so das mache ich mal draußen dunkeln drin drin ist besser so die wir jetzt zünden so fangen wir mal an der ersten alter das war jetzt enttäuschung das war mega schlecht dann sind die wahrscheinlich schlechter geworden gleich noch mal der zweite das wäre jetzt scheiße weil ich habe mich gefreut das war jetzt sehr mager mit dem mikrofon einfach an der rakete schon drin warst die die war gut kommt leute da machen wir noch eine einer geht noch das ist das motto aber schön sind sie auch und gut verarbeitet sind sie auch noch also eigentlich mangelst daran ne vielleicht war das die erste oder sagen wir mal ein fehlzünder das hast du ja öfter mal also machen wir mal die letzte jahr die war eigentlich auch wieder relativ gut okay gewesen war okay der lennart ist ja 2 elysium oder das kann 2 poison und eine bloody mary lol 1 1 2 1 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 4 4 5 4 5 5 5 5 Wunderschön. Naja, normal ist die, ne? Ist schon... bisschen krasser. Die war jetzt wieder ein bisschen schlechter, aber... durch und durch sind die saugeil, ey. Kauft euch die Leute, wirklich. Wenn die knallen, dann knallen sie richtig. ... ... ... ... ...